Heute zeige ich mal in Premiere, wie man einen Rahmen um ein Bild packen kann. Ich habe hier ein Bild eingefügt und wenn ich um dieses Bild einen Rahmen machen will, dann gehe ich hier links auf meine Werkzeuge und klicke auf den Stift, halte die linke Maustaste gedrückt und dann erscheint dieses Fenster und dort wähle ich dann das Rechteck-Werkzeug. Und jetzt ziehe ich mir mit der linken Maustaste einfach ein Rechteck auf und jetzt verdeckt das Rechteck das Bild und um das zu ändern, gehe ich hier unten auf mein Bild und schiebe es über die Grafik, also den Rahmen. Und jetzt zum Schluss, wenn ich die Grafik markiere, kann ich die Grafik noch nachbearbeiten. Dazu wähle ich mir hier wieder mein Auswahlwerkzeug aus, gehe dann auf Form, klappe die Form auf und jetzt sehen wir auch schon hier diese blauen Punkte im Rahmen, die wir verschieben können. Und die könnt ihr dann einfach so anpassen, bis für euch der Rahmen passt. Und wenn der Rahmen passt, könnt ihr hier links als letzten Schritt die Füllung noch ändern, also die Farbe des Rahmens. Ich ändere die Farbe mal auf Weiß. Okay, passe hier den Rahmen noch ein wenig an und das passt soweit. Und jetzt zum Schluss schiebe ich die Grafik noch an das Bild ran, markiere sowohl die Grafik als auch das Bild mit der Shift-Taste und der linken Maustaste, klicke die rechte Maustaste und gehe auf Verschachteln. Okay, und wenn ich jetzt das Bild verschiebe, auf Bewegung, dann folgt der Rahmen dem Bild. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.